Alpinklo, Sie betreten hier eine Naturlandschaft auf eigene Gefahr. Wir sind wieder im kleinsten Vier-Sterne-Hotel, Tirol im Hotel Unterlechner in St. Jakob. Da, wo die Deutschen residieren, nicht wohnen, da residiert man nämlich. Und da gibt es ganz was Besonderes, nämlich ein eigenes Klo, wo man sogar zahlen muss, wenn man in diese Toilette, auf die Toilette gehen möchte. Sensationell, sowas haben Sie wahrscheinlich noch nie in Ihrem Leben gesehen. Ich ebenfalls nicht. Das schönste und die größte Toilette meines Lebens. Alles, Natur, da kann es sogar zu Donnen beginnen. Und das ganz Besondere, es gibt ja in Deutschland die Bambi-Verleihung. Und hier hat man auch ein Bambi. Möglicherweise darf man das mitnehmen, wenn man einen ganz besonderen Schiss tätigt. Möglicherweise, wer weiß. Aber jetzt muss ich wirklich auf die Toilette. Und das war's live aus dem Klo der Deutschen in Ihrem Haus in St. Jakob. Jetzt donnert es wirklich in dem Klo. Die Scheißen echt gut. Die Scheißen ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020